. Wegen Tautai, Selena Gomez neidisch auf Camilla Cabello? Sie werden viel Zeit miteinander verbringen! 51 Konzerte stehen in diesem Jahr auf dem Tourplan von Taylor Swift . . Und Sängerin Camilla Cabello, 21, wird sie dabei begleiten, sie ist einer von Tautais Opening Acts. 2017 stieg Camilla aus der Girlband Fifth Harmony aus, startete daraufhin eine Karriere als Solo-Musikerin. . Tautais BBF Selena Gomez, 25, blickt der Zusammenarbeit allerdings mit gemischten Gefühlen entgegen. Freut sich zwar für die beiden Musikerinnen, sie respektiert Camilla als Künstlerin, ist ein großer Fan ihrer Musik und auch Freundin gönnt sie den Erfolg. . Doch die 25-Jährige ist auch ein wenig neidisch, weil die beiden Stars eine tolle Zeit miteinander verbringen werden. . Taylor ist Selenas beste Freundin und sie wünscht sich, mit ihr zusammen auf Tour zu gehen. . Trotzdem überwiegt die Freude für, weil sie weiß, dass es für sie eine große Sache ist, verriet ein Insider gegenüber dem Portal Hollywoodliefe.com. . Seit Jahren sind Selena und enge Freundinnen und waren in schweren Zeiten immer füreinander da. . Allerdings ist Tautai kein Fan der Beziehung zwischen Justin Bieber, 24, und Wolves Interpretin Selena. . Ob das Liebeskomme-Bag der beiden für Spannungen zwischen den Boutis gesorgt hat?. .